Ja, ich bin zwar schon in Italien an der Riviera in San Benedetto in Marke und habe ja dieses Auto abgeholt und das will ich euch jetzt noch zeigen, wie das war im neuen Delivery Center in Haag, in der Nähe von München. Nähe ist ein bisschen übertrieben, aber es gehört halt zum Einzugsbereich München. Es ist östlich davon und so sieht das da aus. Meine Impression vom Abholtag mit vielen Model Ys in allen Farben. Viel Spaß dabei! Hier stehen jetzt die Ersten. Wir kriegen jetzt unseren, der wird gerade nochmal poliert und ich zeige euch mal ein paar Eindrücke. Also der wirkt in echt schöner als auf Bildern und auch ein weißer, der mir bisher gar nicht gefallen hat. Schaut euch hier mal an. Der wirkt als Model Y wirklich sehr erwachsen, auch mit den normalen Standardfelgen, also super. Hier in weiß mit den Gemini-Felgen, den Midnight-Silber mit den Induction Riers und das wirkt wirklich beides stimmig. Schaut euch das mal an, wenn man jetzt die beiden nebeneinander sieht. Hier die Induction und den weißen mit Gemini, also es ist beides okay. Es ist ein SUV, es ist kein Renner, aber er wirkt sehr kompakt. Jetzt nehme ich euch mal mit, da hinten ist noch ein blauer, den schauen wir uns jetzt noch an. Und ein schwarzer mit Induction. Und bei mir seht ihr ja dann den Gemini. Ja, schwarz ist natürlich sehr sportlich und ihr seht hier auch schön die geschönsten Scheiben. Hier mit den Induction. Schwarzer Innenraum. Also ein ganz schwarzer ist natürlich auch okay. Und hier ein blau. Blau ist ja eigentlich auch die magische Farbe. Ich finde ja, dass die dunklen Farben sehr gut passen. Und dann zeige ich euch gleich noch einen roten. Auch schwarzer Innenraum und hier mit den Gemini-Felgen. Ja, super. Jetzt ist hier noch ein schwarzer mit Induction Riers. Und schwarzer Innenausstattung. Und ein Midnight-Silber mit den Gemini-Felgen. Und wie gesagt, das kann man abmachen. Das zeige ich euch dann. Und jetzt zeige ich euch noch einen roten. Kommt mal mit. Ja, das ist natürlich auch das erste Mal für mich hier im Haag Delivery Center. Aber jemand, der das gar nicht kennt, es ist schon sehr merkwürdig. Zu Spitzenzeiten werden hier bis zu 150 Autos am Tag ausgeliefert. Und das geht natürlich nur, wenn das absolut durchoptimiert ist. Also bei Tesla ist alles möglich, alles etwas anders. Aber es läuft. Bei den Rädern zeige ich euch jetzt meinen zweiten Favoriten, den ich hier sehe. Ein roter Model Y. Sehr bärig. Sieht wirklich gut aus. Und jetzt schaut euch das mal an mit Induction Reels. Schwarz, Michelin. Also schon cool. Sieht sehr gut aus. Und dann dieser dunkle Kontrast. Omi, dunkel Innen. Hier könnte man natürlich noch die weißen Sitze reinmachen. Das wäre dann sehr Franz von Holzhausen. Seine Editions sind immer rot und weiß innen. Manche lästern auch als Tesla Fanboy Edition. Aber ich finde, das ist wirklich designmäßig das Highlight. Und hier seht ihr auch das Heck. Riesig mit dem schwarzen Diffuser. Ich glaube, das sieht sehr gut aus. Und mein Eindruck, hier die Autos in live zu sehen, ist ganz anders als auf Bildern. Und ich glaube, Model Y wird nicht zu Unrecht der Verkaufslager werden. Ja, also wirklich cool. Wir warten jetzt noch auf meinen. Und da fahre ich jetzt zum ersten Mal raus. Ihr seht jetzt, man fährt dann selber raus. An allen vorbei, nachdem alles gepasst hat. Am Anfang beim Check-in hatte man ja Pass und so alles gezeigt. Dann wurde man zum Auto geführt. Ich habe euch in der Zwischenzeit, wo mein Auto noch poliert wurde, habe ich euch die anderen gezeigt. Und jetzt fahre ich einfach davon. Es passt soweit alles an dem Auto. Und da vorne ist jetzt noch einer vom Delivery-Team, den ich schon seit 2016 kenne, der damals mir schon meinen Model S übergeben hat. Ja, wunderbar. Alles gut. Auch zu Corona-Zeiten ist dieses Verfahren natürlich absolut tauglich. Fast kontaktlos. Und hier fahre ich dann raus aus dem Hager Delivery Center östlich von München. Und dann zeige ich euch aber das Fahrzeug noch, bevor es dann weitergeht. Und ihr habt ja schon einige Videos über das Fahrzeug gesehen. Aber hier nochmal mit der richtigen Musik das Fahrzeug. 17 cm ist er höher als das Model 3, wirkt wesentlich bulliger. Und ich finde gerade in der dunklen Farbe sehr gedrungen mit den weißen Sitzen und die Optik von vorne einfach breiter. Die Spur ist 5 cm breiter als beim Model 3. Und das verleiht dem Wagen einfach diese Wuchtigkeit. Aerodynamisch ist er natürlich optimiert. Stirnfläche malen im Widerspann bei Wert von 0,23 macht dieses Fahrzeug im Gesamtwiderstand so effizient wie manch kleinerer Wagen, der kleiner ist, aber einen schlechteren CW-Wert hat. Und das ermöglicht auch dem Fahrzeug so effizient zu fahren. Das ist ein bisschen Wahnsinn. Wir fahren gerade vom Tesla-Verleih aus Regensburg die Damen die zwei abgeholten Model Ys davon. Ja, auch ganz nett. Also wer mal ausprobieren möchte, dort kann man sich den sicherlich leihen. Da werde ich auch später nochmal was drüber erzählen. Aber hier von hinten die Schokoladenseite von dem Fahrzeug. Wahnsinn, wie der wirkt und die getönten Scheiben hinten absolut. Aber jetzt zum Schluss nehme ich euch nochmal mit an Bord in die Zukunft. Weiße Sitze, das wirkt einfach futuristisch. Auch Porsche und BMW machen das mittlerweile, weil sie gemerkt haben, das kommt super an. Und ihr seht einfach dieses cleane Design. Und ihr müsst einfach mal einsteigen in das Fahrzeug, damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt. Das kommt nicht so rüber im Video. Und alleine das Panoramadach, das ist ein Panoramadach. Und wer jetzt da Bedenken hat, dass man sich da den Kopf verbrennt, das ist nicht so. Das ist so gut gedämmt und die Klimaanlage so effizient. Wahnsinn. Also herzlich willkommen bei Elon Motors. Ihr könnt es einen Daumen nach oben da lassen und abonniert den Kanal. Es geht spannend weiter über die Elektromobilität. Insbesondere das Model Y jetzt ganz frisch in Europa. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Hier bei Elon Motors TV und es geht weiter dann morgen übermorgen mit der Fahrt nach Italien. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Servus.